so welchen nehmen wir denn andere charaktere der pirat war der mit dem papagei ja das ist der normale soldat ich finde ihn ja eigentlich ziemlich cool hier den wissenschaftler der sieht ziemlich kagga aus also ich würde sagen pirat oder der wissenschaftler jeder mann wollte mal pirat werden als kinder sessler oh welle zwei ja gut reingekommen ja würde ich mal sagen so was geht hier ab die gegner sind gerade an die vorbeigelaufen du hast eine pump gun ok ok womit in spielen immer super schalte doch eher für den nachgangs geeignet ja das ist bei mir das gegner mal ganz nah mich ran ich weiß auch nicht warum ich bin mit auf dem schrot gewählenden games immer so gottenschlecht also gerade bei tun also dass auch so eine sache habe ich auch die ich das schritte wer glaube ich nicht ein einziges mal ausgewählt gehabt ich bin eigentlich nur damit rumgelaufen obwohl es aber es hat doch ab und zu ein paar probleme ich habe hier immer noch ein bisschen mit der orientierung aber das habe ich generell also mit dreieck hat sie den papagei gehabt aber was waren die anderen sachen keine ahnung also ich denke mal eine bombe mit oberstlichen geschenk und geschenk und geschenk haben will haben will und 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 wir haben freunde bekommen das ist sehr unfair nee das war unfair die geschenke das war ja gar kein geschenk drück mal eins oder ja genau jetzt macht er aber ordentlich so ein fort mit dir okay das war also mit l1 okay mit er alt mit er 1 war das gewesen genau 11 wird irgendwie so eine bombe seine die man werfen kann ich will das auch gleich mal direkt mal ausprobieren mit häuptlingen hinkfuß hier ja die bewegungsanimation ist lustig aber die ist sehr lang ja nur jeder footballspieler läuft einfach nur uns vorbei wir werden aber geheilt wie ich gerade sehr werden das ne das achter der regel regeln rät sich selbst ja das dauert nur ein paar sekunden länger okay da hinten da habe ich gesehen da ist ein boss der boss jetzt direkt gleich mal hat fast vor die nase okay wie wir gerade gesehen haben wir verletzen uns auf jeden fall nicht wenn wir hier einfach irgendwo und das ist egal das macht überhaupt nichts das war jetzt die falsche das egal macht auch ja macht mal dicke so jetzt mal direkt mal mit r2 kannst du dann auf die turnier da kann ich hier harakiri selbstmordkommando rosa und nein er hat ihn umgebracht und ich muss jetzt mich langsam mal luft sprengt weil sonst das war jetzt der vorführeffekt natürlich nur gucken was passiert wenn wir diese gewisse taste drücken und wir wollten natürlich keine armen pflanzen mit leidenschaften mit unseren tests so jetzt kann man das fest ja noch mal machen so jetzt noch mal komm her kann ja juhu ha 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 so wie es ist die frage wo ist hier die party gar keine partie denn wir sind ja genau wir waren wir lesen kann das klaren wir können nicht lesen grundsätzlich ja wir können nur diese bilder da lesen das können wir das lese ich auch in den zeitschriften am liebsten einfach nur bilder richtig da bin ich auch ganz schnell wie so nummern 5 lebt ich weiß nicht ob den film kennst der liest immer ganz schnell als roboter ist ganz schnell das buch denn wenn ich wenn ich so ein bilder buch habe ich das auch wenn wir können ja mal diesen papagei rufen oder was kann der der papagei wie geht das das ist eine gute frage ich habe hoch und runter fliegen der kann auch genau hoch und runter und die steuerung ist aber alter schwede wir wurden abgeschossen der arme papagei war auch gerade etwas gewöhnungsbedürftig wird ja die steuerung was mit dem hoch und runter das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt wo sind sie denn alle da 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 kann ja neben dir kannst du wiederbeleben 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 ich glaube bestimmt ja 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 so und so so ein gedönser wie er belebt so geht hier ab da hinten eine kaktere ganz allein ja die kaktus die kaktus so hinfort da geht ja noch mehr da ach da ist die seine entgegner da ich euch auch hier mal so versuch jetzt mache ich ja den dicken der versteckt sich der hund ja lügig ja hat ja total unsouverän geklappt hat er braucht eine neue krücke für sein bein also neues implantat im im implantat so was sagt denn hier das ist ja schön hier bleibe ich stehen für immer da kommen die bestimmt da kommen sie ja oder so genau rotz und rinne mit ding schön bada bing bada bumm wir könnten das fass machen und dann können wir uns und nein ja doch neben dir genau sonnenblume gekillt haha so kommen die nächsten ich würde auch sagen ich nehme auch gleich noch mal den aber ich würde sagen dass du woanders hingehst wenn du den papagei einsetzt weil es ist ja eine drohne wenn du dann selber abgekleidet wirst solltest du ja am besten irgendwo am rande der karte sein damit halt keiner zu seinem charakter läuft ne damit du dann in ruhe mit dem papagei rumfliegen kannst guck mal was die machen das finde ich ja voll unfair die laufen dem typen die ganze hinterher und ich glaube die nehmen die sind schneller das ist ja voll gemein dann würde ich mal sagen stellen wir uns hier unten hin so es sind nur zwei gegner oder einer 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 da 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 ist noch eine zu ergeben bringt nichts mehr da jetzt weggeäumelt den eumel ja welche verlassen das jetzt gute frage das müsste jetzt normalerweise die siebte oder die achte sein die jetzt kommt weil sie nur spezielle siebte also die erste also spezialwelle das hört sich nicht sehr vertrauenserweckend an ich glaube die haben irgendwie mehr leben woops weh doch ok 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 da hinten mhm sehr viele ja 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 da auch aber ich würde mal sagen dass die uns ja jetzt aber also der mir ist aufgefallen dass der charakter sehr langsam ist also ein bisschen zu langsam ne und gerade mit der pump gun ne und dann auch so langsam so dann machen wir einfach hier einfach kaboom jetzt einfach hier mitten rein oh oh da habe ich auch mit dem ziel auch so meine probleme ah nur drei punkte leben ah ich laufe 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 da müsste doch irgendwo ein doktor sein oder hier mit leben mit äh energie oder ja es fühlt sich langsam schon wieder auf es fühlt sich langsam auf ach da oben ist dieses ding hier ist so eine aaa hier ist so eine flower power ja komm ja so jetzt aber hier bleibe ich stehen jetzt rotze ich euch voll nicht schön aber selten mhm ich weiß auch nicht mehr auf was ich schieße ist egal immer feste Druck einfach irgendwo drauf ja genau ahja level up yeah ahja lauf nicht wie so ein feiken weg das mache ich normalerweise nur wir machen dir nach yeah du könntest da ja mal irgendwas hinsetzen ne äh warte mal ist da irgendwo noch meint's er? ah ne der Platz ist reserviert gerade äh ist da noch irgendwo was frei? ne 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 ja aber ich möchte nicht schon wieder was verbraten ich hab ja in der letzten runde ja das war ja nur was ganz normales ne ablengelt so und feste Druck was so also der Papagei ist äh irgendwie für mich grad ein bisschen nutzlos weil ich hab immer so ein Schiss davor dass die einem genau in dem Moment angreifen ne äh ja richtig dass ich dann einfach in dem Moment zu sehr mitten drin stehe ja ja du könntest ja vielleicht irgendwo ja zum Rand der Karte gehen irgendwie da hinten irgendwo hin und dann einfach den Papagei rufen aber die wollen mich trotzdem ans Lady so hier oben siehste die laufen hinterher oh das ist aber hier auch der ist der ist wichtig ja probier mal kann ich mal sagen jetzt mach ich hier so einen Zug auf Support du könntest den ja da mal versuchen abzuklallen ne der ist sehr hakelig ne irgendwie komm ich ja die Steuerung ist irgendwie sieht aber süß aus ja aber der ist der hat äh irgendwie da fehlt irgendwas am Hintern ja vom Papagei der fliegt auch so ich weiß auch nicht wie ich die Flughöhe verändern kann mit L1 und R1 ist der muss der so hoch ja dreieck was war dreieck dreieck war probier mal dreieck ja ich hab das Gefühl das Dreieck ah ok Bombardierung ich hab jetzt gerade Dreieck das ist irgendwie eine Bombe genau da muss ich auch wahrscheinlich drunter stehen ne ich würd mal sagen ich geh jetzt auch wieder in die Action rein oder ja Akku ist jetzt eh leer ne im Moment hui ja zack so dann würde ich mal sagen dann holen wir hier wieder unsere dicke Wumme raus so einen auf diesen hier und hauen dem jetzt ja schon mal ah ja das war mir jetzt doch ein bisschen zu grünslich oh ok nur noch einer oder und danach kommen wieder die Endgegner ne da hinten dahinten so ach danach kommen die Endgegner dann den dann nehme ich den hier zurück ach da kannst du was reinsetzen ne ok ja mach irgendwas ist egal ja Raketen nochmal drauf na da hat der jetzt schon was reingesetzt der hat hier so eine Haltstation reingepflanzt vor dir sind noch zwei Dinger zwei freie Felder oder ne auf der linken Seite ist noch eins ja genau kannst du da was reinsetzen da oh 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 Gott dreimal so ein oh oh die sieht oh Gott oh Gott ja die sieht die sieht auf jeden Fall freundlich aus die lächelt zumindest ja die begegnet dir in deinen Träumen ja Sonnenblumenkönigin aha ja wir freuen uns bleib weg so da ist er so und dann nehmen wir ihn direkt mal hier oh die hat aber viel Leben ja das ist äh ja das so zu sagen könnte man so sagen oh noch ganz viele kleine Sonnenblume die ganze Sonnenblume Familie ja ja äh ich find die toll ne eigentlich nicht aber ich will mal sagen ich nehme den Fass ich lauf da jetzt einfach mal ganz unauffällig hin ne ja einfach mitten rein so komm 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 jetzt von dir und jetzt müssen wir schnell weg ja war ich nicht todesmutig ich sehe vor lauter Effekten nix mehr und ich weiß ich brauche auf jeden Fall so ne Heilstation ah ja guck mal was hat der denn hier der Mensch hier bracht die davor so so geheilt und dann würde ich mal sagen nehmen wir wieder die Kanonen ne und feste drauf ja die haut ordentlich die die mag ordentlich aber ich glaube wir müssen hier mal ein bisschen weg aber ich find die Gesundheitsleiste hat schon ordentlich abgenommen mhm aber das war ja grad mal eine ne ja äh ja ja ich versuche es positiv zu sehen auch wenn ich hier grad irgendwie ein bisschen festhänge oh da ist ja noch einer ah ja so der eine ist jetzt gleich auf jeden Fall down äh grad etwas unübersichtlich das Schlachtfeld mhm sehr aber okay die andere war auch äh ist auch Platz mhm ich würde mal sagen wir müssen wir brauchen Gesundheit alter Schwede hier ist aber auch wirklich mal da weiß ja gar nicht auch was du dir jetzt erst schließen sollst Sonnenblumenversammlung dann noch hier noch diese diese Gesundheitsstation die ihre ihre Farben versprüht alter Schwede äh glaub neben dir hängt eine große Sonnenblume kann das sein hinter dir oder so da ja 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 sie wollte doch nur mal halt so sagen ne und ja das kann die ja gerne machen oder nicht bei mir so bitte die nun hier komm geh hoch geh hoch geh hoch zack ach die lädt immer noch aber aber boah alter Schwede jetzt haut die aber eins schon ah oh ah oh schau ich muss weg ah ich muss mich mal ein bisschen dünne machen nur noch ein Gegner eine ganz ganz kleine Sonnenblume ja da hinten dann sieht sie und sieht sie lass das mal oder hängt die da irgendwie fest in den Back oder so ne das ist gut ja das ganze ja das ist erledigt ach ja mal gucken wohin ne mhm ach da war jetzt die letzte war das jetzt echt schon die zehnte Welle okay äh mitte ne wo ist die zwei ne irgendwo oben wie kommen wir denn da hin mhm so ich würde sagen wir laufen jetzt hier nochmal ja und dann da hoch genau hier der äh häuptling hin gefußt dem sein Fuß brennt irgendwie da ah au 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 äh da ist jetzt das Problem ich weiß nicht aus welcher Richtung wir kommen ich komm von überall ja wir kommen natürlich aus mehreren Richtungen aber manchmal hat man ja so bevorzugte Richtungen und würde ich hier nämlich gerne meine Superbombe also die Kanone ne Raketenwerfer ne ja die Kanone nehmen aber damit bisher dann doch wieder ziemlich gebunden mhm also ich finde das Schlachtfeld ist hier etwas bunt sehr bunt ne ja ja da wird man ja quasi mit Effekten auch zugeschmissen und alles leuchtet diese Farben nach zwei Sekunden nach eine Sekunde juhu jawoll jawoll ja ja war das super einfach ne ja war das super easy die haben alles alleine gemacht ja ja selbst ja klar zwar nicht so viel Geld rumgekommen aber das ist ja bei Helden immer so 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 dann geh mir mal zurück ne scheiße jetzt hab oh Mist äh nein genau weg hier zurück jetzt habe ich das das böse S-Wort gesagt das wird hinterher zensiert da schneiden wir raus war mal ein Piep vor ich würde sagen das war genug für heute ne wir sind dann mal weg Leute ähm wir haben genug Sonnenblumen für heute umgebracht ja bedanken wir uns fürs Zuschauen ja mit Regenbogen äh mit Regenbogen Power sagen wir goodbye ach da oben ist sogar ein Regenbogen ne tschüss passend ne perfekt richtig vorherseh ja okay bis dann Leute jo bis dann tschüss doch dann ja glas das glas